Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Es ist neuer iPhone-Tag. Ich bin hier aktuell im Urlaub in Holland und war beim nächsten Apple Store, das ist der in Harlem, und habe da einmal zugeschlagen. Das hier sind meine eigenen 14er Pro, selbst gekauft, beziehungsweise 14er Pro in der wunderschönen Farbe Deep Purple. Habe ich mir im Store auch angeguckt, wirkt gar nicht so dunkel, also helllila, ist eher ein dunkles Lila. Und dann aber das Gerät, um das es jetzt im Video geht, mein 14er Pro Max. Das Gerät, was auf das 13er Pro Max bei mir folgen wird, und das schauen wir uns mal an. Es ist die 256 GB Version, und ich habe, sagen wir so, erst beim Bezahlen gemerkt, die Dinger sind ja 30 Euro teurer in Holland als bei uns in Deutschland. Naja, aber was tut man da nicht so, wenn man doch so Banane ist und das Zeug dann doch unbedingt haben möchte. Und ich habe ja immer die Rechtfertigung, ich haue direkt so ein Video raus. Also, goldene Version, iPhone 14 Pro Max in 256 GB. Da sind wir in Deutschland bei einem Preis von 1580. 1.580 Euro. Ja, gut, muss ich ja keinem erzählen, iPhones teurer geworden. Wir packen es einmal mal aus, ich brauche keine Schere, das ist gerade sehr schön. Und, uh, 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 das wird jetzt aber eine dezente Umstellung. Gut, das goldene passt jetzt hier auch eher so zum Kuhfell. Wer sich über dieses wunderschöne Setup wundert, hat aber jetzt gleich den Vorteil, dass ich es mit dem weißen Farben auch noch mal kurz vergleichen kann. Wenn ich das Ding jetzt raushole aus der Verpackung, würde ich da sehen, dass es ein anderes Gerät ist. Boah, mal ganz ehrlich, Kameradesign, irgendwas anderes? Sehe ich da auf der Rückseite diese super duper neue 48 Megapixel Kamera? Ne, nicht wirklich. Also rein von der Rückseite fällt mir jetzt nichts auf. Gehen wir mal kurz ums Gerät rum. Das ist das gleiche Case. Matte Rückseite, glänzender Rahmen. Ne, unten auch noch nichts. Nein, 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 nein. Die Antennen und alles mögliche, Tasten sind an der gleichen Stelle. Da hat sich auch nichts. Da hat sich null geändert. Ich weiß, der eine oder andere ruft ja vorne. Faultier schallt das Gerät ein. Gut, das ist wieder diese unbefriedigende Folie zum Abziehen, wo ich ja wenigstens noch sehe, wo die Tasten drin sind. Das ist so ein bisschen vermerkt an der Seite. An und aus, links, leiser, lauter und mute. Ich schalte es direkt auch mal ganz kurz ein, während wir uns den Rest angucken, um zu gucken, ob man hier schon einen Blick auf diese neue Notch werfen kann. Dann, die kleine Verpackung hat es ja bereits verraten. Wir haben kein 20 Watt oder überhaupt gar kein Netzteil dabei. Wir haben USB-C auf USB-C in weiß dabei. Und jetzt bin ich noch mal gespannt. SIM-Karten-Tool ist auch dabei. Ich werde das Gerät auch direkt weiter einrichten. Und dann, aber weißer. Nur ein lausiger weißer Apfelaufkleber beim goldenen Gerät. Da hätte Apple, liebe Apple-Leute. Da hätte da, oh, guck mal, da erwartet einen direkt die Notch. So, gucken wir mal, wie wir das hier am besten auch. Das Sperrbildschirm reicht ja eigentlich schon zum Vergleichen. Ist das mit der Notch jetzt so ein krasser Unterschied? Ja, es ist kleiner geworden. Ihr seht es ja selber. Ich habe da oben nochmal was Rahmen, naja, Display. Aber, ob ich mir da jetzt wirklich so Dynamic Island mit den Zusatzfunktionen und vor allem, wo es mir sehr vorgraut vor der Bedienung, gucken, gucken wir mal. Also, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, aber wir finden es ja natürlich raus. Aber so vom Gewicht würde ich jetzt merken, dass ich das Neue oder das Alte in der Hand habe. Nein, 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 nein. Und jetzt vom Draufgucken, ist es so ein großer Unterschied? Nein. Aber der große Unterschied soll ja auch bei Max wieder die längere Akkulaufzeit sein, der neue A16 Prozessor unter der Haube. Kann man wieder argumentieren, wahrscheinlich kriegt das 14er dann wieder ein Jahr lang länger Updates, als wenn man jetzt noch zu einem 13er greift oder sowas. Aber warten wir mal ab. Da bin ich auch ein bisschen skeptisch, dadurch, dass ja die normalen iPhones den gleichen Prozessor wie die 13er bekommen haben. Kann mir nicht vorstellen, dass Apple die 14er Pro länger updaten wird als die normalen 14er. Aber das wissen wir ja leider erst so in fünf, ja, in sechs, sieben Jahren. Gucken wir nochmal. Aber erster Eindruck ist halt ein großes iPhone. So, also passt. Gold ist eine sexy Farbe, sage ich jetzt einfach mal. Ich ziehe das jetzt durch. Ich werde es Goldzilla oder Goldzilla nennen. Wir richten das im nächsten Video direkt ein. Aber der erste Eindruck ist halt ein iPhone. Und ja, diese USB-C Notch sieht schon schick aus. Aber ob das jetzt der große Game Changer ist oder ob das einfach nur ein neues Design ist, um zu sagen, es ist halt eine neue iPhone-Generation. Wir werden es rausfinden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.